Leute, ich habe eine aufregende Neuigkeit. Wir fahren nach Wally World. Oh, finde ich nicht gut. Dieser Urlaub wird was ganz Besonderes. Bahn frei für die Griswolds. Diese Familie wird Urlaub machen. Und wenn es das Letzte ist, was sie tut. Ist die Kuh okay? Nein, die Kuh ist nicht okay. Du bist voll durch sie durchgefahren. Chris Hemsworth, Ed Helms und Christina Applegate. Vacation. Wir sind die Griswolds. Samstag, 20.15 Uhr. ProSieben.